Ja, moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Valhalla. Wir gucken mal nach Rüth, vielleicht finden wir ihn, ja? Vielleicht unten irgendwo am Strande. Angespült seiner Leiche. Wenn du mich jetzt hier runterlässt, Evo, bin ich glücklich. Wir sind tot. Oder auch nicht. Muss der denn hier hinten irgendwo runtergeplumpst sein, der Typ? Wir gucken mal. Äh, so war kein... Alter. Alter, hast du weit rennen? Was? Vielleicht finden wir ihn ja hier hinten. Los, schwimm mal rüber. Schwimm irgendwo... Da liegt doch irgendwas. Bestimmt ein Baumstamm. Dunwig. Was haben wir hier? Plündern. Jagdpfeil, Dreisilber. Toll Jagdpfeiler. Ein Schwert. Liegt Oswald denn hier irgendwo? Wir holen mal unseren Raben. Ja, sei meine Augen, Signe. Warte mal, wir haben da hinten... ... eine Insel? Aber da wird er ja auch nicht angespült worden sein, oder? Könnte der nicht hier irgendwo... Also, ich sehe nichts. Wäre auch leicht creepy. Ähm, warte mal. Ne, flieg mal. Ja, drive mal hier rüber. Ähm, was auch immer. Okay. Hä? Was ist das denn? Was haben wir da, Schönes? Da ist irgendwas. Entschuldigung. Was haben wir da? Ach, da haben wir nichts. Gut. Dann ist er hier nirgendwo. Gut. Wir laufen zurück. Ja, schade eigentlich. Ich hätte ihn gerne gefunden, aber... ... sollte nicht so sein. Schade, schade. Hätte ja klappen können. Aber es sollte nicht so sein. So, da oben steht ein Pferd. Da wollen wir hin. Und dann... ... reiten wir davon. Würde ich bald sagen. Was ist über hier? Beweg dich! So, und rauf. Zack. Und hier. Und hier. Ich weiß auch, wenn... ... das schon Asbach-Uralt ist. So. Und hier habe ich gerade keine Zeit für euch, Jungs. Ab zum Quest-Ziel. Sprich mit Finn. Das werden wir machen. Also, ein paar Add-ons. Ich glaube, DLCs habe ich auch. Also, da müssen wir definitiv noch mal reingucken. Das kann ich euch so jetzt aber nicht sagen. Warte mal. Warte mal. Quest. Der Schlagung des Orms. Ein neues Zuhause. Fluss-Raubzüge. Trifft dich mit den... Wollen wir das machen? Anstatt... ... das? Ähm... Viking-Erlösung... ...völle 10 Verträge. Erreiche Siedlungsstufe 4. Errichte Walgas. Wir machen hier. Yep. Oh, das ist aber weit. Und... Ja, ich weiß. Aber tschüss. Ich habe keine Zeit für euch. Okay, das sind jetzt 3500 Meter. Ähm... Wenn irgendwas passieren sollte, irgendwas Spannendes, was ich eher nicht glaube, werde ich euch definitiv dazuholen. Also, bis gleich. So. Wir sind angekommen. Bei uns zu Hause. Was ist das? Ja, ist bei uns. Cool, cool. Los. Da unten. Hey. Na gut. Bleibt mal da stehen. Guck mal, da sind sie. Ja, wenn du Glück hast. Hä? Bestimmt. Was hast du mit ihm zu schaffen? Ich bringe eine Auswahl an Waren aus Irland. Also, sofern meine Schiffe anlegen können. Es war... Wie ich sehe, hast du Eivor Wolfs mal schon getroffen? Ah, du bist also Eivor. Tatsächlich habe ich eine Nachricht aus Irland für dich. Ich kenne dort niemanden. Der Brief ist vom König Düflins. Leider scheine ich ihn verlegt zu haben. Der König Düflins? Warum sollte er mir schreiben? Er wünscht, den Handel nach England auszuweiten. Zu diesem Zweck bringe ich die Waren. Esar ist aus dem Osten, lebt aber nun in Irland. In Sachen Handel sollte dein König sich aber eher an Randwie wenden. Er meint aber Eivor zu kennen. Er bat mich, dich auf dem Weg dorthin zu begleiten. Ich kenne keinen König in Irland und reise sicherlich nicht dorthin. Doch zuerst musst du einen Handelsposten einrichten, Esar. Wo ist überhaupt dein Handelsschiff? Ach, ja. Das ist eine unglückliche Sache. Sehr besorgniserregend. Konkurrenten haben den Fluss und somit meine Waren abgeriegelt. Eine Flusssperre schadet ganz Reffnathop. Bleib hier, ich beseitige sie. Wie du siehst, ist Eivor eine Frau der Tat. Komm nachher zu mir, wenn der Fluss wieder frei ist. Natürlich, mein Freund. Ich danke dir. Und ich suche derweil den Brief des Königs. Du bestehst darauf, dass ich einen irischen König kenne. Dem ist nicht so. Welcher König sendet mir da nur Briefe aus Kieland? Das würde ich auch gerne wissen. Und das werden wir auch rauskriegen, Eivor. Äh. Nochmal soweit. Na gut. Cutten wir halt ein bisschen viel. Ist ja nicht schlimm. Oder? Ach, guck mal hier. Der kleine schwarze Junge, der hat bestimmt was. Ey, schwarze Mann. Tag auch. Was bietest du heute an? Was haben wir? 189 haben wir. Armschutz der Neuzeit. Blutopfer-Beinschiene. Vergessen halt, mystisches Großschwert. Kostet 120. Kostet 35. Machen wir uns das einfach. Oh. Alles, was wir verkaufen, ist kaum verprobt und hat das Reger-Güte-Siegel. Ach, das weißt du doch nicht. Hi. Na gut. Pass gut auf dich auch. Und trink immer genug. Ja. Tschüss. Ich muss gehen. Bleib gesund. Geh ruhig. Ich werde hier sein. Ja, wüsst du das? Können die auch nach Afrika schicken. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Ach, das ist bestimmt so ein scheiß Zweihänder, ne? Alter. Jo, fühle ich. Nehmen wir. Können wir da. Leerer Runenplatz. Ich will eine Rune reinpacken. Keine Runen. Ach, hör mal auf. Hohohoho. Was ist hier? Alter, ist das ein Kulass. Oh. Eui, 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 eui. Ich brauche Pferd. Pferd. Hohoho. Komm mal her, Pferdchen. Das tut mir jetzt aber leid. Hallo. Ab. Okay, wir probieren mal das Großschwert aus. Das Ziel kann ich erreichen. Warum kann das Ziel nicht erreicht werden? Wo ist das? Da hinten. Das heißt, ich könnte hier hin und den erst laufen. Ah. Na gut. Dann machen wir das so viel schneller mal. Jetzt. Du, 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 du. So. Mach's dann der war. Dein. und schwimmen ob das Schwert mal richtig reinhaut das Problem ist dass wir jetzt auch kein Schild dafür nehmen können das ist nicht schlimm passt schon Schwert ist groß und schwer aber wenn es uns nicht gepasst dann tauchen wir das wieder auf dann gibt es Schild und Axt so 450 Meter halt dein Mond da hinten kommst du auf den Teller so so 350 Meter okay ich wollte einfach gerade R drücken zum Nachladen aber das bringt hier irgendwie nichts ey wo hat keine Waffe ich war das okay ich war das ich weiß nicht was ich war was hab ich da ich war das doch nicht man das war das war ich haut er ab sie also mal ehrlich verstehe ich nicht was war ich was hab ich gemacht bist du doof ich hab gar nichts gemacht also das verstehe ich nicht passt okay passt schon so da hinten hin einsammeln ne achso Proviant ist voll ja okay okay ich sehe was haben wir denn Fuchsfell und Leder okay warte mal Evo wir haben doch da oben einen den kriege ich von hier nicht okay was oh Himbeeren ich mag Himbeeren Himbeeren sind lecker ne mach ich auch nicht ja obwohl bisschen Meuchel war dann ist auch cool ne als ob an so äh nö ah weiter höher da müssen wir noch einer hoch hier bin ich doch falsch Evo na komm rauf und hier hat er noch ein wer sehe ich nicht oh wow 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 entspann dich zack nummer 1 zack nummer 2 warte mal ah er übt an seinem Golfschlag ach ne doch nicht eigentlich können wollen wir uns mit dem prügel ich hab bock drauf eigentlich würde ich mich ja gerne mit dem prügel aber wir gehen erstmal hier rein oh gib mal oh oh da kommt einer da zack den haben wir oh der findet die gleiche da hinten oder auch nicht ne der findet die nicht aber der ist ein perfektes opfer er hat opfer gesagt warte zack er ist kaputt ja gut das war's wow 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 hey entspann dich siehst du ah kaputt so hat keiner mitgekriegt was denn los als ob ich nie was anderes gespielt hab ähm Brot warum leuchtet Brot aha guck mal äh feuer 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 boot explosion mal ne kleine ablenkung starten hier ist nix als ob die das da hinten nicht juckt weißt und dafür gibt's aufs maul jetzt prügeln wir uns mit denen aber aber nur wenn er will heißt das mach ich dem fehlt der und noch und noch einer ja hier war noch einer der hat da drüben geht's ja weiter ich dachte das wäre hier schon alles ach du ahnst das gibt's hier noch irgendwo was irgendwas da drinnen so wie es aussieht lass mich also ich rein mahnen hörst du mich nicht rein das war doof ok das heißt hier 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 rüber ja so geht's auch einmal durchs Wasser einmal aufmerksamkeit erwecken seh ich sperren ok also ich finde das schwert jetzt eigentlich nicht so zack hm warte äh so zielen nö bringt nix wie machen wir das denn südliche bauten zerstören ach ich verstehe ich verstehe jetzt verstehe ich alles klar gut wir müssen noch mal rüber ich hab was falsch gemacht war meine schuld so zack 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 kurz einen Moment einmal so ich hab gerade was nee 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 nein danke so jetzt verstehe ich alles klar hier gibt's nichts Feuer knistert hier ist irgendwo Feuer da ist Feuer 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 jo da was goldenes meins 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 will ich haben will ich haben will ich haben gib hier mal da gefunden meins meins hier gab's doch hier war doch irgendwas ah guck mal kaputt so ah okay okay ah pass auf so eins noch das Gebäude glaube ich bald ne wie's aussieht braun jetzt sind wir an die Hütte jo und ab nach drüben das wird denen nicht gefallen ja ist mir aber auch egal ob denen das gefällt oder nicht Evo wenn ich ehrlich bin so weil ne irischen Hande irischen Whisky warum nicht so zack hä hä kaputt ja ach ich hatte ich ja schon so was haben wir denn hier Feindes zack 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 ne Blume Silber Bronze Silber Gold hab ich hi Kumpel her voll ähm ähm das bringt nix ok dann laufen hm aber das bringt was so Nummer eins ach komm ich wollte nicht runterfallen so hier rüber hoch aber hier gibt es noch was hier einiges jetzt bist du kaputt schlächer 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 ja wenn du Glück hast ich hab bloß was verkehrt gemacht warum kommst du nicht einfach hoch und wir reden über die ganze Sache du zahlst den eisernen Preis ich wollte reden ich wollte reden weißt du ich wollte reden nein er muss er muss mich hauen geh mal hoch achso ich hab noch nen Jagdpfeil gekriegt äh äh ne weißt du du willst nur oh alter ok schweinchen schweinchen ich hab hier ein Schwein gehört kann mich aber auch verhört haben boom geh mal her der Vieh Legolas wau mal geh mal runter runter hier rauf und rein das meiß ja 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 halt ja 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 huu so halt bleibt auch stehen was noch das noch was noch achso guck mal meins will ich ja haben da ist doch noch was Aber was denn noch? Wo sind die? Hä? Wo gehen denn die Pfeile hin? Hier hin? Ah. Oh, Entschuldigung. Ja. Genau. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein.